Hier haben sie noch ein bisschen mehr, aber dadurch, dass es ja eh abgeschrägt ist, ist es eine kleinere Fläche. Also, effektiv haben sie noch fünf Ebenen, plus das, was sie gerade abbauen, aber ja, wie gesagt, durch die Schräge weniger. 366 hier, 332 hier. Wobei das auch gerade interessant ist, wenn ich so drüber nachdenke. 366. Und das hier wären 256, eine Ebene. Selbe Größe wie der Quarry. Okay. Außer natürlich, das Spiel zählt von vornherein die Tiles nicht mit, wo Eisen und Brimstone drin ist. Kann natürlich auch sein. Jo. Vieler Leg. Ja. 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 Ja, gut. ungefähr die Hälfte der Ebene haben sie jetzt auch. Ah ja, da stehe ich jetzt noch 359 und sie haben schon ein gutes Stück wieder weggehauen. Ja guck, es ist 364 wieder. Also der Marker, der stimmt einfach nicht. Nee, weiß auch nicht genau. Wie ist das denn? Hm, ich frage nicht. Das ist nämlich jetzt gerade sehr unpraktisch. Ach ja, ich werde hier noch mal Spaß haben, bis das Ganze fertig ist. So. 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 Ob gerade noch jemand vorhat, die Treppe zu nehmen, die kaputt ist? Ja, nicht. Dass das Ganze wiederum schwieriger macht. Das fällt mir gerade so auf. Auf der Seite ist glaube ich nicht so viel wie auf der Seite. Wobei doch, da ist genug. Da ist der ganze Bereich hier bis hinter. Der Seite kam es mir gerade nur so mehr vor wegen dem Knubbel hier, aber ja, auf der Seite muss ich auch bis ziemlich weit nach hinten. So. So, euch schicke ich mal wieder zum Auffüllen. Jetzt, weil, wie gesagt, wir sind über 5.000. Genau. schön aufhören so So. Solange ich noch die Treppe da drüben wegbricht, das heißt in Ordnung. Einigermaßen in Ordnung. Wird zwar nicht so viel helfen, wird sogar gar nichts, weil sie den Weg nicht anerkennen, weil das so kompliziert ist. Der andere ist einfacher. Na gut, er nimmt den direkten Weg, weil er auch gerade da steht. Ihr füllt? Ja, ihr füllt. Ah, wie gesagt, hier ist noch... Okay, das ist die falsche Seite, die Seite. Steht immer noch bei 325. Höchstens scheint noch die Sonne. Oh, aber die will sich auch langsam wieder verkrümeln. Huh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Und dann sehen wir uns gleich wieder.